Es ist eine der Erfolgsgeschichten des Online-Journalismus. 2005 gründet Arianna Huffington ein Politblog, die Huffington Post. Innerhalb weniger Jahre entwickelt sich die Seite zu einem essentiellen Nachrichtenportal im Netz. Überholt mit seinen Klickzahlen sogar die alteingesessenen New York Times. Im Februar 2011 verkauft Huffington ihr Portal für 315 Millionen US-Dollar. Ihr Einfluss und ihr Wirken als erfolgreiche Internetunternehmerin haben Huffington nun zur siebten Preisträgerin des Anne Burda Award gemacht. Eine Auszeichnung an herausragende Frauen in den Medien. In ihrer Dankesrede forderte Huffington Frauen dazu auf, sich an die Spitze von Konzernen zu schlafen. Und das meinte sie wörtlich. Denn Schlafmangel sei für Männer immer noch eine Art Potenzbeweis. Wenn Lehman Brothers, Lehman Brothers and Sisters gewesen wären, wären sie heute vielleicht noch da. Vielleicht wäre eine Lehman Sister nach ihrem Achtstundenschlaf erholt aufgewacht und hätte den Eisberg gesehen, bevor er die Titanic traf. Außerdem forderte Huffington auf dem DLD eine Rückkehr zur Weisheit. Man müsse sich auch einmal aus der vernetzten Welt zurückziehen können, um die eigene Weisheit wieder zu entdecken. Von dem durch und durch vernetzten Publikum der Digitalkonferenz gab es für diese Aussage tosenden Applaus.